Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wie immer mit dem Digigamer. Hallo. Diesmal Ulf Ratson. Moin. Und Jacqueline. Hallo. Achja und mir den FaktoFi. So, wir sind erstmal dabei wieder ein paar Verliese zu laufen. Diesmal im Zwielichtgarten. Pfad 1, danach wahrscheinlich noch Pfad 2. Hi. Schauen wir mal, dass alles lange her, dass wir den Story-Modus gemacht haben. Ein Teil der Anlage ist um Einformbruch gesetzt. Der ist aber nicht das Problem. Unser Ziel sind die Interklingen. Ein großer Stoßtrupp steht bereit. Er muss jetzt fertig satteln. Aber dieses Sicherheitssystem ist beinahe undurchdringlich. Ich brauche Freiwillige, die da reingehen und es abstellen, damit die Löwengarde die Anlage stürmen kann. Du brauchst also Kanonenfutter. Schon möglich? Meine persönlichen Interessen gehen zwar vor. Aber wenn ich euch helfen kann, tue ich's. Jetzt. So. Ich weiß, wenn ich aufhalten werde. Ähm. Habe ich falsch? Ne. Albtraum. Albtraumhof. Albtraumhof. Okay. Warf gut nicht vergessen. Alles Gute mit dem Albtraumhof. Danke für den Hinweis. Ja, dann auch da hinten. Rigo. Es hat so anscheinend keine Pflichtingin zu sein. Ihr sagt, ich stehe zu Diensten, gehen wir. Was hat er zu sagen? Bevor sie vertrieben wurde, züchtete Herzogin Faolein vom Albtraumhof einen entsetzlichen Baum heran. Wer immer ihn besitzt, bekommt seine finstersten Wünsche erfüllt. Angehörige des Albtraumhofs suchen bereits danach. Laurent, der Graf des Blutes, will mit dem Albtraumbaum ganz Tyria den Krieg bringen. Vivina, Gräfin der Gefügigkeit, will uns alle mit dem Albtraumbaum dazu zwingen, ihr ohne Wenn und Aber zu huldigen. Und Fayonna, die Gräfin der Spinnen. Ihre Pläne sind so schrecklich, dass ich davon nicht sprechen mag. Man muss sie aufhalten. Zwei Junker bekämpfen diese Höflinge, aber wir brauchen mehr Leute, um sie zu besiegen. Ja. Pläne bekämpfen, ohne dass wir wissen, welche sie sind. Super. So, müssen wir jetzt nochmal mit der sprechen. Nö, kann los. Okay. Hier wird viel durchgelaufen. Ja, also so Gegner auf dem Weg eher nicht bekämpfen. Die sind auch zu stark. Und hier seht ihr so Blümchen. Blümchen, die müssen vernichtet werden auf Erfährdung, sonst wäre man vergiftet. Diese exklusiven Blüten sind gefährlich. Da kommen die ersten, kommen wir zusammen. Und seit jetzt mal ein paar Säure sind vorgebracht. Ja, ich habe mal die Tröte eingebaut. Da gehen wir jetzt gleich mit Speed durch. Okay. Und dort schön, und dort schön, und dort schön. Ah, nein. Lass mich stehen. Ach, Mann. Ja, dort, die haben mich einmal bekommen und dann lag ich. Ja, genau. Die bringen einen Direktor. Boah, es sind die Viehs, die Viecher. Ja. So, und wir laufen jetzt hier rum. Wir retten ihn nicht. Er kann gleich neu machen. So, und wir gehen hier hin. Zur Wegmarke zurückkehren. Oder soll ich damit noch warten? Nö, direkt. Okay, auf ein neues. Am besten mit, mit, äh, Speed und Stabby da durch. Also mit dem Horn. Dann rüste ich nochmal eins aus. Ich spüre es noch. Ich wusste nicht, dass solche Schmerzen möglich sind. Ihr seid sicher. Hier kommt der Albtraumhof nicht hin. Ach, die kommen auch gleich wieder, diese... Bäumchen. So, den Weg wieder freischießen. Ja, so ein bisschen, also... Ja. Dann bei den Viechern halt... Die ersten mit Speedrand vorbei und einmal Dodgen und dann kommen die anderen, die wollen ein Stun, die Dickendinger, und da auch Dodgen. Ja. Ah, eine neue Gegend. Dann über diese Anhöhe hier rüber. Über die Anhöhe genau. Ja. Und bei uns runterfallen. Dann brechen die ab, dann kannst du auch wieder deine Waffen wechseln, wenn du willst. Okay, so. Jetzt. So, und jetzt, das ganz... Lucky, du hast auch Stab dabei, ne? Hallo. Oder was für Waffen hast du? Weg für Zerrung, ja. Was für Waffen hast du? Zepter, Pistole, Zepter, Fackel. Okay, also auf jeden Fall, wir machen, wir klieren hier jetzt ganz schnell die ganzen Blümchen und dann hauen wir die Elite Ranke weg. Wenn die weg ist, kommen neue und vier vom Stück und dann kommt ein Champ. Okay. Alles klar? Wir probieren's. Ja, jetzt kommt der neue. Zepter, zwei. Ja. Saka kommst du auch um. Ja, da steht er nur. Drüben, Nächster. Ja. Na, jetzt bewegt er sich wieder. Wer? Ja, ja, du. Achso, ich muss kurz die Katze reinlassen. Au, 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 au. Heilung. Ich bin dauernd. Ich seh dich nicht. Ich bin dauernd. Ja, im geht's. Da. So, jetzt kommt der Scherp. Ich versuch dich kurz. Ich bin dauernd. Heils geht aber gerade. Kann ich gerade noch nicht, paar Sekunden noch. Das andere, ich weiß nicht, ob das auch bei euch wirkt. Geht mich hoch, ich lebe noch. Ja. So, jetzt Heilquelle. Oh, das wird eng. Okay, raus hier. Kurz Abstand. Wieder die ganzen Blümchen hier alles. Ja. Bin schneller als ein Centaur. Also nicht da außen weg schreddern, sondern nur am Gegner. Ja, da wo. Achso. Ah, okay. CC auf das dicke Ding in der Mitte hier. Ja. Da ist wieder ein kleiner von den Viechern. Ja, der ist egal. Der ist egal. Boah. Alter. Ah, nein. Es sind schon wieder so viele Blumen hier. Meine Güte. Einfach nur die in der Nähe umbringen. Ja. Heilt euch schön. Ah, jetzt lege ich. Ich auch. Erstehe kurz wieder. So, jetzt. Du dickes Vieh. Ah. Meine Güte. Es ist... Boah. Ja, schön. Ihr könnt Porten zu suchen, Alter. Hier vorne. Achso, ich schade gerade. Aber, das war nicht umsonst. Es gibt zwei Farben. Welchen soll ich öffnen? Mach mal erst oben. Okay. So. Hier vorne seht der Gleis zu zwei Spenden. Hier. Hier, wir laufen einfach an den vorbei. Okay. Bin schneller als ein Zentraler laufen. Er in die Ecke. Die Ecke. Dann der Ecke, okay. Ja, jetzt alles hier. Ui, da liegt nicht gleich. Die Ecke, ich schade dich. Okay. Liege wieder. Oh, bring. Ja. Zeit, echt. Das macht wenig Damage. sieht ja gut da kann ich zur weg marke noch im kampf wir hatten jetzt auch ein bisschen viel auf einmal angelockt wieso kann ich nicht proben wollen wir noch im kampf okay wir warten hier eine ecke jetzt könnt ihr jetzt so und hier braucht es eigentlich auch kein bogen hier macht eigentlich mehr so was ich schwert achsen oder so sind ja dann packe ich nur kurz den weil die achse in der nebenhand wenn du da die fünf drückt dann machst du sonnen das mache ich auch sehr gerne ich sage das im moment warte kurz ne bitte noch nicht ich will jetzt der hat das in den falschen charakter slot die axt dahin macht es nicht so schwer ich weiß ich bin zu langsam so jetzt meine güte jetzt kommen wieder ein paar ja jetzt läuft doch gleich viel besser so ich gucke gleich die nächsten ja da kommen sie wir haben sie gesagt ja jetzt noch den am besten bisschen im fernkampf solange die cc war nicht gebrochen ist wie soll ich noch mal rum und die schmeißt aber zu so gefälter wenn man da drin steht wird man fast ins zentrum wir versuchen mal direkt genau super doch dort sind jetzt ja aber ja 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 und aus rot ja aber gleich mal wieder weg aber noch ein bisschen ist weg und sagt so ein aufheilung ich kann nicht heilen gerade und wieder hoch kommt wieder hoch kommt wieder hoch danke danke alle los wenn einer fleckenheilung hat man ich kann noch nicht flächenheilung machen einmal die hustet uns nur einmal an dieses gift ist echt mordsmäßig wie es kommt dass alle sterben fertig hätten sie fast ja komm jetzt sie zu vielleicht resettet sie nicht ganz weil ich bin unterwegs nun mein siegel ist noch da und erhebt und ich hätte sie jetzt mit der erste von 40 haben wir so ausweichen ich bin schneller als wenn ich den Tauern aahhh mann boah echt beim heilen der unfall ja sag ich hoch hoch meine güte ist die anstrengend wahrscheinlich brauchen wir jetzt die jüdische wir laufen jetzt wieder durch kommt ein haufen spinnen also wenn man will dann es ist die drei nehmen für vergängliche Blumen ich bin schneller als ein centauer verpackt ist mit dem Weg doch früh weiter weiterlaufen weiter bis wir so einen Hang runter kommt erfolgen sie euch nicht mehr das hier sieht gut aus mal kurz hinten kommt noch so jetzt gehen sie zurück lassen wir das so lasst sich da töten wir können ich da auch wieder belebens wenn sie weggehen aufschließen und elend verraten lassen so wenn ihr mir so in den rücken falls ihr seid aber ihr glaubt doch nicht dass ich euch neben mir meine kinder verdienen faul 1 geschenk damit werden sie sich an der ganzen welt die spinnen sind euch mehr wert loranz soll euch aufschließen und elend verraten doch facken er ist etwas besonderes er starb hat es früher so eine schöne reichweite weiße der konnte blumen in der ferne weg machen klappt jetzt nicht mehr nämlich halt ein bogen mal allein nicht durch anders machen wollen wir doch die gegner weg da habe ich das gefühl das klappt bei uns ein bisschen besser langsam aber sicher mit dem port kann ich nicht dienen oder ach so wir sind hier das lassen die wird schon wieder aufstehen wenn man sie braucht naja die kommt davon so da ist ja jetzt haben wir da die spinnengräfin naja naja ja ein bisschen alien feeling wieso war jetzt schon längst gesprochen die haben wir haben so das ist doof aber jetzt kommt diese ganze kleine spinnen dazu ja das hält sich etwas noch in grenzen was an schaden macht aber die ist und zwar erledigt einer übrig nur und sollte im vergleich zu den beiden kein Problem sein mal sehen ich weiß wozu er fähig ist verheimlicht ihr mir etwas ich habe ihn geliebt ich dachte unsere liebe wäre für die ewigkeit aber der blutdurst raubte ihm den verstand seid bereit für krieg seine wahre herren und habt keine bedenken wegen mir ich bin schon lange über ihn hinweg ja ja du willst uns doch bestimmten rückst du der dreck im gesicht ohne ja ich hatte ein bisschen ach so ja wie kläger bei schon ja ja du machst du mir das ist unglaublich wie schnell die ein auf dem boden hauen hat diese noch im kampf das ist wahr das ist das das ist das ne jaja ja wie hast du dich denn wieder hingestellt ja ich habe sie der qual drückt oder so und dann stand plötzlich wieder noch kann ich nicht porten ist irgendwer noch infall lucky muss sie noch aufladen vielleicht liegt es daran kommen wir hierhin ein stück weiter laufen vielleicht ist noch irgendwas jetzt ja jetzt fühlt sich um mein leben dann probieren wir das noch mal man kann das beispiel so machen dass das portal und sich dann einfach durch blinkt ja mit liebe und augenschlag oder wie das ding heißen nein das wollte ich nicht jetzt sind hier auch noch die es ist unglaublich ja vor allem das gift ist ja das ist richtig ekelhaft meine güte vor allem hast du auch nicht die zeit dass die weg zu schießen wenn du dabei am rennen bist da bin ich zu langsam für zu alt meine reaktion ist ja auch nicht die die skills die also zum beispiel die bild so mit dem kurzbogen da prallt er ja immer irgendwo ab der bogenschuss ok so jetzt bin ich bei euch jetzt das gemacht ich habe es geschafft konnte indem ich die blumen angeschlagen habe bin ich dann immer wieder hochgekommen so ok das ist dann gehen wir jetzt hinter die kleine palme da kommt jemand das ist die benze schmerz für schmerz bei echten schaden anzurichten au nicht alle sterben jetzt bitte dann einer rausgehen da war alle weg ja da hat drei und dann ja doch sie zählt kurz retten alles zu mir mich hält keiner auf du 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 ich also meinen mein siegel ist gerade brauchst du nicht kann man glaube ich eh nichts erzählen ich habe übersprungen entschuldigung entsagt eurer wunderschöner geliebter kommt mit mir oder ihr werdet euch an dieses verdrehte gewächs verlieren ich hier bringt fremde mit habt ihr sie mit eurem gejaule von liebe und gnade bezürzt ihr wart der einzige den ich jemals liebte aber ihr wolltet blut statt zärtlichkeit ich wollte euch nicht mehr schwarzlösen bekommen aber ihr dürft das furchtbar aber leider verschlossen ich kenne euren hass wenn ihr diesem baum verfeilt werdet ihr die welt in brand setzen ja ja das werde ich ihr werdet es alle sehen besonders ihr geliebte leidet wer ist der große der große und es wird auch mal den arsch von dem weg nur von hinten der ja schon Das muss man mögen Okay, die sind nur so schön, die da hinten sind Im Moment kann man sie ignorieren, die scheinen uns hier gerade nicht zu treffen Was greifst du da vorne an? Das ist doch keiner von uns Was macht denn gerade so Schaden? Ach, wahrscheinlich jetzt diese Türme, die hinter uns sind Ja, je länger man braucht, desto länger, desto mehr wird's Ja Und der ist halt Geld, man kann den nicht kritisieren Also nicht so wichtig Au Das war ein Pups Ja Danke Raus, raus Oh Komm, rein und erst mal Fuh Mach das nicht, sonst fängt er noch wieder an zu wechseln Zu wachsen Das ist toll 11.500 Punkte, Volksruhe und 2 Gold RGZ Ja Und Delis abgeschlossen auch, sehr schön Was für eine BVW, ne? Seitdem ist ja, aber war nicht so richtig toll, ist was für mich Heute? Heute war doch gut Ja, aber 5 Wappen, 2 Lager Ja, aber nicht auf der Metruhe, ich war da war kein Kommandeur Ja, aber es braucht ja nicht für ein Lagern, Kommandeur, reinrennen, alle Wappen umbringen schon ein Daily fertig Ja, einmal reinrennen, 2 Mal Und Ja, nee Ja, fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung für So, dann aber an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau, tschau Tschüss Tschau, tschau 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 Tschau